Ja, ich glaube, auch bei zweiter Halbzeit haben wir eine gute Intensität ins Spiel reingebracht gegen den Ball und haben es einfach schwer gemacht für Mbappé und Messi, nicht so viel Platz gehabt in die Tiefe zu rennen und zu drehen. Und ich glaube, das war ein großes Ziel für uns. Trotz der ersten Halbzeit war ein bisschen schwierig. Hat der Trainer in der Halbzeit nochmal etwas Besonderes gesagt? Ihr habt ja in der zweiten Halbzeit schon mentalitätmäßig zugelegt. Ja, wir sind über ein paar taktische Sachen durchgegangen, aber wir müssen einfach die Intensität hochfahren, wenn wir das Spiel gewinnen wollen. Und das wollen wir alle und das haben wir dann gezeigt. Was bedeutet der Sieg jetzt für euch? Letzte Wochen waren auch nicht mehr ganz einfach. Das Spiel heute ist ein absolutes Top-Spiel für euch und jetzt eben im Viertelfinale? Ja, wir lassen das jetzt nicht zu unserem Kopf zu groß gehen. Wir müssen jetzt einfach weiter in die Bundesliga gehen und jedes Spiel einfach immer den Performance zeigen. Wir wissen, was für Qualität wir haben und was wir zeigen können. Wir müssen das jetzt einfach week by week zeigen. Habt ihr das noch gefeiert eben in der Kabine? Ja, ein bisschen haben wir das schon gefeiert, weil es war ein guter Sieg für uns, auch für den Gefühl und alles. Und das müssen wir jetzt einfach weiternehmen. Ja, das war ein super Tor. Wir wissen, wie Qualität Serge hat und vorne vom Tor wissen wir, wer macht da rein. Matchplan war schon, erst mal ein bisschen Mittelfeldpressing zu spielen, nicht zu hoch aufzurücken wegen Mbappé, der Geschwindigkeit oder wie war der Plan in der ersten Seite? Ja, wir müssen für Mbappé seine Schnelligkeit schon ein bisschen aufpassen. Dann haben wir ein bisschen gewartet auf einen richtigen Auslöser, wo wir dann durch auf dem Pressing gehen können. Und dann haben wir ein paar Sachen geändert, zweiter Halbzeit, ein bisschen mehr Intensität. Dann haben wir es schon besser gemacht. Danke.